Dieser Ford Transit mit Tageszulassung ist hier zum Verkauf angeboten. Der weiße Transporter ist viertürig, bietet Platz für drei Personen und hat einen großen Stauraum. Der Transporter bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie Bordcomputer, ESP, Servolenkung, Wegfahrsperre, Airbag und vieles mehr. Das 6-Gang-Schaltgetriebe überträgt eine Leistung von 125 PS. Auf 100 Kilometern liegt der angegebene Verbrauch des Diesel bei 4,6 Litern. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 24.870 Euro. Kontaktieren Sie uns, wir informieren Sie gerne näher. Autohaus Ködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis. Styll-Schaltgetriebe überträ elongiert.